Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video gibt es eine kleine Service-Durchsage von meiner Seite aus. Ihr habt gesehen, dass ich in den letzten Wochen und Monaten immer mehr auch in Parfümerien zu Gast war und mit den Leuten dort vor Ort Content gemacht habe. Und ich freue mich enorm, dass das Ganze so gut bei euch ankommt. Und deshalb habe ich heute auch wieder etwas für euch, was, glaube ich, dieser ganzen Szene und diesem ganzen Image von uns sehr, sehr deutlich helfen kann. Und ich möchte euch gerne dazu einladen, da auch mitzuhelfen. Es gibt nämlich auch was sehr, sehr Tolles zu gewinnen. Und deshalb drehe ich heute eben dieses Video, zumal auch einige Kollegen von mir, ja, für die Geschichte nominiert sind, wo ich heute drüber sprechen werde. Ja, und ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon selber erraten, dass es um die Duftstars geht, um den deutschen Parfumpreis. Und ich habe das immer ein bisschen schief angeschaut in der Vergangenheit. Aber tatsächlich ist das Thema Duftstars in Deutschland einer der wichtigsten Awards, einer der wichtigsten Preise für die gesamte Parfumindustrie. Und auch wenn man sich das Ganze anschaut und es immer so aussieht, als wären da sehr viele Mainstream-Marken nominiert, die man eigentlich alle aus dem Douglas zum Beispiel kennt und aus Mainstream-Parfümerien, so ist es doch wirklich so, dass auch dieser Nischenbereich und vor allen Dingen auch Content-Creator wie ich zum Beispiel, ja, oder eben andere Leute, wo wir jetzt gleich noch zu kommen werden, dass das eben auch tatsächlich eine immer wichtigere Rolle spielt. Und ich war vor ein paar Wochen tatsächlich bei den Duftstars in Berlin zu Gast und habe mit denen auch ein bisschen Content für ihre Kanäle gedreht. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich das Ganze auch nochmal behind the scenes gesehen habe, Das ist wirklich so einer der wichtigsten Awards oder einer der wichtigsten Preise, die es in dem ganzen Parfum-Game gibt. Und tatsächlich gibt es ja auch in anderen Ländern wie zum Beispiel dem UK, Frankreich, Italien oder auch den USA eine Fragrance Foundation. Und in Deutschland ist es eben genauso, nur dass das Ganze unter dem Namen Duftstars eben erscheint und tatsächlich aber auch mit dem Verband der deutschen Kosmetiker wirklich auch zu tun hat. Ja, also die sind eng miteinander verbandelt und deshalb ist das Ganze auch wirklich sehr offiziell. Ja, und ich persönlich möchte da einfach auch, weil mir das Ganze am Herzen liegt, wir sind mit Mattia Premier auch Mitglied bei der Deutschen Fragrance Foundation, ich möchte da einfach darauf aufmerksam machen, weil es für mich persönlich einfach auch ein Herzensprojekt. Es gibt nämlich diesen Publikumspreis, wo jeder von uns für bestimmte Dinge abstimmen kann. Und jeder, der dafür abstimmt, hat außerdem die Chance, eine richtig tolle Reise zu gewinnen. Und ich werde natürlich auch versuchen, dann im November, wenn die Duftstars Preisverleihung ist, euch da bestmöglich auch mitzunehmen und meine Kamera eben auch mitzunehmen und das Ganze auch so ein bisschen Behind-the-Scenes-mäßig zu dokumentieren. Aber es ist einfach so, dass ich das Ganze wirklich cool finde. Und ich auch glaube, dass das wirklich so diesem gesamten Image von Parfum und der Professionalität, von dem, wie wir das Ganze hier auch verfolgen, einfach auch weiterhelfen kann. Natürlich ganz zu schweigen davon, dass es auch so der Anknüpfpunkt ist von vielen Parfümerien, die vielleicht noch gar nicht so wirklich mit diesem Content-Creator oder auch diesem reinen Nischenthema, wie zum Beispiel Xerjoff und diese ganzen Nischenmarken, die es gibt, eben etwas anfangen können. Ja, und damit kommen wir auch eigentlich schon zum eigentlichen Punkt des Videos. Denn für mich persönlich ist es eine ganz besondere Ehre, dass zwei meiner Mit-Creator hier auf dieser Plattform nominiert worden sind für den Creator Award von den Duftstars. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal die Werbetrommel rühren, allgemein dafür abzustimmen. Denn ich persönlich glaube, je mehr Leute darauf aufmerksam werden und je mehr Leute da mitmachen, desto mehr Chancen haben wir natürlich auch, dieses ganze Zeug mitzugestalten. Denn für mich persönlich ist einfach klar, je mehr Leute da mitmachen und je mehr Leute darauf aufmerksam werden, desto besser ist das eigentlich für alle. Weil es ein Preis ist, der von der Community natürlich auch verliehen wird an einzelne Creator, an einzelne Düfte. Und deshalb möchte ich euch einfach ermutigen, da eben auch mit abzustimmen. Und den Link dazu findet ihr in der Beschreibung drin. Hier sind aber noch zwei, drei Dinge, wo es sich lohnt, darauf aufmerksam zu machen und wo ihr wirklich auch wissen solltet, wie das Ganze eben funktioniert. Zunächst mal ist ganz wichtig, es sind zwei meiner Mit-Creator nominiert. Mit den anderen beiden Creatoren keine Ahnung, wie die in die Parfum-Kategorie reingerutscht sind, weil ich habe davon noch nie was gehört. Aber zumindest Leni und Angelina sind hier nominiert. Ich persönlich kann sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass Angelina auch nominiert worden ist, weil ich sie nämlich auch vorgeschlagen hatte für eine Nominierung. Und es hat mich sehr gefreut, dass sie jetzt eben auch zur Diskussion steht. Und ich habe auch ehrlich gesagt für Angelina gestimmt, weil sie für mich persönlich nicht nur eine wirklich tolle Content-Creatorin ist, die mit ihrem Freund zusammen alles investiert, was irgendwie möglich ist, um euch coolen Content zu bieten. Es gibt, glaube ich, keinen, der von der Interaktionsrate her für diese Abonnentenzahl oder die Klickzahl so gut ist wie Angelina. Also die hat wirklich eine unfassbar enge Community. Und was mich persönlich eben auch immer freut, ist, ist egal was ist, ja, Angelina und ihr Freund sind da. Wenn irgendwie mal ein Event ist, sei das in Stuttgart, sei das in Düsseldorf, sei das in Mailand, ja, man möchte zusammen Content machen, die sind immer für einen da. Und deshalb kann ich auch sagen, dass es fast vielleicht schon so ein bisschen eine kleine Freundschaft entstanden ist um das Ganze herum. Und deshalb ist es für mich natürlich auch eine völlige Selbstverständlichkeit, dass ich für Angelina an dieser Stelle gewählt habe. Aber ich möchte euch da auch insofern natürlich nicht beeinflussen. Nur weil ich für Angelina wähle, heißt es natürlich nicht, dass ihr nicht auch für die anderen wählen könnt. Auch wenn mir zwei der Namen rein gar nichts sagen, was das Thema Parfum angeht. Aber das ist ja auch nur eine persönliche Geschichte. Und ich kann euch nur sagen, ich habe für Angelina gewählt. Aber Hauptsache ist, dass ihr allgemein natürlich für diesen Award abstimmt, ja. Und das funktioniert wie folgt. Ihr habt insgesamt, glaube ich, vier verschiedene Kategorien. Ihr müsst in jeder der Kategorien euer Häkchen setzen. Dann einmal auf Bestätigen, ganz am Ende der Website. Dann eure Daten eingeben, damit ihr für das Gewinnspiel auch kontaktiert werden dürft. Denn ihr könnt tatsächlich unter anderem eine richtig tolle Reise gewinnen. Und dann solltet ihr das Ganze eben abschicken und dann wird eure Stimme gezählt. Ich glaube, der Abstimmungszeitraum ist inzwischen auch schon fast vorbei. Das heißt, ihr solltet euch auf jeden Fall auch beeilen, wenn ihr möchtet, dass eure Stimme zählt. Und wenn ihr zum Beispiel für Angelina an dieser Stelle abstimmen möchtet, solltet ihr das bitte nach Möglichkeit jetzt sofort tun, dass ihr auch auf jeden Fall sicherstellt, dass eure Stimme gezählt wird. Und die Preisverleihung ist dann Mitte November. Ja, und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute sagen wollte. Ich persönlich finde es wichtig, dass man da eben mitmacht. Und wenn einem dieses ganze Thema am Herzen liegt, also wirklich darüber hinausgehend, dass man nur sich Parfum-Empfehlungen abholt, sondern man möchte die Leute dahinter auch unterstützen, dann finde ich es einfach wichtig, dass man da mitmacht. Und deshalb, ja, setze ich euch natürlich den Link in die Beschreibung rein. Und dieses Video ist wirklich komplett ohne, dass ich dafür irgendwie bezahlt wurde oder sonst irgendwas, einfach wirklich aus Überzeugung als Werbung gekennzeichnet für die Duftstars, denn ich finde, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Das Team ist super cool und ich finde es einfach schön, dass wir da jetzt auch als Creator mit einfließen und auch diesen Nischenbereich eben mit nach vorne bringen können. Also, alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Und ich wünsche natürlich auch allen, unabhängig von meiner persönlichen Präferenz, einen großartigen Erfolg. Und deshalb, ja, schaut gerne in die Beschreibung rein, wenn ihr noch nicht abgestimmt habt. Und natürlich allen viel Erfolg beim Gewinnen, vielleicht der Reise. In dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Kai. Ciao, ciao.